Hallo und Herzlich Willkommen bei Croft äh glaubt die erste Folge geil die Elfte Folge geil nein, geil Geil! Ups, das hört zu laut zu können sagt man nicht, mach man war nicht witzig hast du da, da musst du steigen, wenn du mein Kind ich bin dein Kind, das so mein Sohn ja das kann schon her das ist die erste Folge, wenn du brauchst stimmt, dass man sie erscheint du hast schon bestimmt Steine, oder? weißt du was? das ist die Elfte Folge, glaub ich warum bist du? ich glaub's aber nicht auf der letzten Folge hab ich Jungen gebrochen, ne? das kann sein nicht wahr, mein Sohn? nein, nicht wahr ok ich glaub du muss ans Ort, boh einfach am Haus weiter Schäueln ich gerne, obwohl ich mein Eisen mehr fast ich hab fünfzehreisen schicken das Zehreisen sondern nimm alles, nein, ne nimm gar nichts ich muss nur drei Stück wie sagt es sogar weil ich drei Stück dann Peichte im Linkseinen man nen 6 Stück und gibt mir Eisenherz bei drei drei Städte also die Albu der Lehmann das ist gut ich finde es gut ist nein ich habe dafür geschossen um das zu verbrennen und du ja ich bin ich gar nicht gut zu brennen du musst das gar nicht umbrennen zu schmelzen also und zählt nicht wieder auch ich habe mich nicht so nein du nicht du bist er nur gelübten städtisch mit es kommt ich versuchte ich musste Monza anmachen oder ausblenden Prozent später an die Pfeife du traust doch gar nichts er macht auch grüßlich für die Katze ich traue mich das nicht er wird so geht nicht gegen die st bei uns kann die Schildersprung und ruhig auch ich Trudel ich mal so was zu bauen und wo das haben wir sehen was soll ich vermogen so ein großer wie ich hätte ich wollte was sagen war zu tun mit zwei Hektar's guten z.B. Mama ein Hektar zwei Hektar's zu lang tschüss ein Hektar Tone mal tausend so wie ich neben ein Hektar mit ein Hektar ist doch tausend Meter glaube ich oder ja also ich hab zehn oder hundert Meter über das ist halt Köln ich boh hier einfach so ein Hektar die Leck das in die München und ich weiß nicht wie so alles wegen dir ich sag mal alles wegen Fassers Schleichwerbung nicht passt die Schleimung was ich hier machen Komiker nicht in Mann die Hügel zu Hause so hier ist auch immer und er sei aus zu lieben Kassel Blumen wie auch immer das ist das Blumen ich muss kurz reden bei mir die anderen zu laut werden sollte aber egal den ist gesund wie immer gesunden jetzt muss ich den zu schweinhirn der schwein töten kurz und die schwein tot tot wird weiß ich nicht und ich greife die stein an und schweinmännischen greife Angriff 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 und Brot und jetzt mache ich ihn zum einen Jahr und diesen da ist mal ganz er hat mir die Fresse und sobald und sobald abhängig ist mir gar es geht nach Hause und hol mich auf und das sind das jetzt gehen nach ich die Erwanderung ist in der Runde oder mehr eine erste das hat die aktiv die in der ich das nervt auch egal wenn ich man Junge, na Spaß. Weißt du was? Nichts. Junge, halt doch mal die Frisse, ey. Du bist nicht witzig, du bist super witzig, nein. Immer Diesel. Fettis. Nein, Spaß. So. Ja, da war ich. Oh, jetzt. Okay, das ist eine witzige Alter. Bis NLG. Nein, meine Mutli. Merk ich mir. Weißt du was? Also in Farmbauern wie Dings, so nach unten fließt, so. Also ist besser zu. Oder einfach einfach an Heckler Farm. Weißt du was? Was? Ich hab Inventor Tricks. Und wir haben dann schon den Kluss drauf. Ja, ich mein jetzt ernst, soll ich normal bauen, ganz normal oder nach unten? Was denn? Farm. Wie jetzt? Wenn du was auch machst, fließt dann nach unten so. Also schalten wir das? Dauert das lange? Ich schaff das. Ja, ich weiß, aber du hast doch keinen Fissen zu uns noch. Ja, okay, dann mach ich Dings einfach. Ne, okay, das war gut. Mach von oben nach unten. Ich kann es so machen. Nach oben nach unten brauche ich nicht. Ich kann einfach so ein Hektar machen, einfach ein Hektar. Mach einfach. Wieso Hektar? Ich ne Hektar Flächen. Weißt du was? Was? Nichts. Nichts. Und dumm. Okay. Okay. Wird immer mal schlechter, ey, ich kann... Toll, ich hab keine Aide mehr. Und doch, ich hab hier ja... Wir haben das Haus so falsch gebaut. Ja, hast du gesagt, ich hab's gebaut, also... Jo, 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 jo Stein. Dann baulet ihn wie anders aus, aber die Gläser sind, wenn gut aussehen später, ey. Ernsthaft. Die Gläser, also... Ich finde das gut. Super, finde ich. Ja, du, ne? Du musst doch gewinkelt hier. Hä? Äh, soll die Wand aus Holz oder? Nein. Puh, wie du es findest? Ich mach Holz, weil ich grad so viel Holz dabei hab. Oh, wir haben fast fertig. Was? Das war der Wurm, glaub ich. Mein Fahm, mein Fahm, mein Fahm ist gut, wie immer. Ja, man hört blablabla, warte mal kurz. Jetzt hab ich was gefunden und dies und das. Hey, bei Gras? Hey, kann man Gras brauchen hier? Ja, man hat das mal nicht. Oh! Hast du grad, dein Lerner? Das ist illegal, sowas machen wir nicht. Ja, ja. Ja, Bauernfahm oder Bauernfahm oder Bauernfahm? Ich bau die Farm, damit nicht lang... Oh, Mann, Scheißhaus, ey. Ja, boah, die Hausmann. Bau ein Scheißfahm, mach einfach so ein vierten Farm, Mistgeburtelter. Hey, digga, hast du ein Ding? Hey, digga, hast du ein Ding? Hey, digga, ich schüttel. Geh ich wohl mit dem, äh... Einfänger, in den Zählen, äh... Ich bin im Kreativ, pfff! So, du er... Nein! Geh immer, dieses... Ey, wie geht demитайsel? Reden, reden reden, reden, ich will reden! Reden, 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 reden reden, reden, reden... so wirst du was sie und Robo um die Brunstung Prozent er muss immer sagen zu achten ein Normand ich bin so ich bin so was bin ich gewiss was gewünscht immer so jetzt mit er hat er mich aus beim Licht ich weiß nichts Geld erhebt ein paar auch in uns schon mal Juden ich bin ich bin jetzt Köln ich auch ich ich kenne ich mag das hat er zu tun die Unend Menschen auch etwas was okay ich hab Halsschmerzen, irgendwie ich hab äh ok weißt du was? weißt du was? cool ich hab das Haus verwinkelt gebaut und mach das mit Holz oben und danach wären das 10 Stöcke oder wären das nur 5 Stöcke? wie du willst ich mach einfach 10 Stöcke, ich hab ein Mental Equals, Chat Bubbles was hab ich noch? alle solche Sachen ne ok ich hab den Plus oder so, das hab ich auch natürlich aber für gute Wege halt Gita Zaun Torbo natürlich auch ich bau den Zaun, ich mein den den Farm mach ich wie Dings wie Online Web